Hallo ihr Lieben, ich habe nur eine ganz, ganz kurze Frage an euch. Und zwar hatte ich letztens in meinem Vlog schon gefragt, wie ihr denn zu FAQ-Videos steht. Das heißt, ihr stellt mir Fragen und ich packe sie dann alle zusammen in ein Video und beantworte sie euch natürlich auch. Und ja, ich hatte da letztens schon in meinem Vlog gefragt, da aber nicht alle die Vlogs gucken, dachte ich, ich frage so auf diesem Weg nochmal. Wollt ihr das mal sehen? Wollt ihr das haben? Wenn ja, schreibt mir eure Fragen gerne einfach hier unter dieses Video. Dann suche ich mir das alles raus und wenn ein paar Fragen zusammenkommen, mache ich ein Antwort-Video. Sollten jetzt hier nur zwei Fragen stehen, werde ich die schriftlich beantworten und dann kein Video dazu machen. Aber ich dachte, es ist vielleicht mal noch eine gute Möglichkeit, dass ihr mir nochmal ein paar Fragen stellen könnt. Und ja, mehr wollt ihr an dieser Stelle eigentlich auch gar nicht von euch. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf so ein Video habt, schreibt mir eure Fragen gerne unten in die Kommentare. Und wenn nicht, dann machen wir das halt nicht. Aber ich dachte, ich frage mal. Und das war es dann auch schon wieder von mir. Ich bedanke mich vielmals fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und dann gibt es auch wieder ein richtiges Video. Bis dann!